Entschuldigung, Mumu. Co-Pilot-Katze. Jetzt hat die Co-Pilot-Katze Nase voll. Ah, jetzt kommt die andere Co-Pilot-Katze. Okay. Was ist los, Mäuschen? Was ist los? Süße. Was ist los? Fliege. Nidal 72, Oscar Whiskey 72 approach. Squawk 6116. Squawk 6116, Nidal 72, Oscar Whiskey 72. Nidal 72, Oscar Whiskey 72 radar contact 3 miles west of Echo Delta Mike Sierra at 2,600 feet. Nidal 72, Oscar Whiskey 72. Nidal 72, Oscar Whiskey 72. N hopping. Nidal 73, Oscar noticei alsでabouts leerym Waterrange ja oder fürras réfléchigt dasselgeist. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Genug, Katze? Ja, jetzt hast du mich vollgeharrt, jetzt hast du genug, passt. Ja, jetzt hast du mich vollgeharrt, jetzt hast du mich vollgeharrt. Ja, jetzt hast du mich vollgeharrt, jetzt hast du mich vollgeharrt. Ja, jetzt hast du mich vollgeharrt, jetzt hast du mich vollgeharrt. Ja, jetzt hast du mich vollgeharrt, jetzt hast du mich vollgeharrt, jetzt hast du mich vollgeharrt. Gibt es auch immer einen süßen Flugplatz, laut Karte? Ja, jetzt hast du mich vollgeharrt, jetzt hast du mich vollgeharrt. So, wie lange noch bis zur österreichischen Grenze? Ja, jetzt hast du mich vollgeharrt. Aufpassen, ob bin ich schon gespannt, wie das von oben ausschaut. Ja, jetzt hast du mich vollgeharrt. 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 Das ist schon besser. 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 Das ist 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 besser. Das sind besser. Untertitelung des ZDF, 2020 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 September 2021 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Das ist das Kraftwerk Weißer See in Mitterkirchen. Das ist das Kraftwerk Weißer See. 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 Katze! Weg dich doch hin! Jetzt kommen wir gleich weg. Krems vorbei! Autsch! Bitte Bobby, hör auf! Schlipp dich auch! Was ist das für das Mauschen? Ist klar, du legst dich jetzt auf die andere Hand drauf. Das ist nicht so toll. Das ist Krems Süd. 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 Du legst da nicht gut, Mauschen. Auf der Hand legst du definitiv nicht gut. So legst du perfekt an. Wie wärs? Ja? Schön? Wie wärs gut, Frau Katze? Das ist Krems Süd. Das ist Krems Süd. Das ist Krems Süd. Das ist Krems Süd. Die Krems Süd ist jetzt bequem, ich zwar nicht mehr. Das tut mir nicht alles für die Miezen. Ah, das ist das Steggelände, die Kernkraftwerk zu Lendendorf. Das ist das Steggelände, die Kernkraftwerk zu Lendendorf. 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 Die neue Rosenbrücke. Die neue Rosenbrücke. Die Stadt fahren kann. Die alte Brücke. Die neue Rosenbrücke. Die Rosenbrücke. Die Rosenbrücke. Die Rosenbrücke. Die Rosenbrücke. Hier drüben die Dünger Riederberg. Vielleicht sind wir jetzt gleich die Burg Greifenstein. Ich bin gespannt, ob die aufgebaut ist im Flugsimulator. Dann kommen wir ja auch gleich in den Wiener Wald. Wir müssen noch an Gritzendorf vorbeigehen. Ja, in Gritzendorf. Hier gibt es einen ganz bösen ladenden Stoffmüller. Da kann man so viele schöne Stoffe kaufen. Und da muss jetzt oben die Burg sein. Und Greifenstein. Ja, ich glaube, das da ist sie. Das ist gut. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Und da geht's rein Richtung Kritzendorf. Und da sieht man hier auch glaube ich von da, da muss das Gebäude sein, wo sie vielen Stoffe zu kaufen hat. Und da ist die Durchstichstrafe. Und da ist die Durchstichstrafe. Und da geht's. 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 Quasi wir fliegen eine Runde um den Platz. Was wäre Wien ohne ein Walzer? Das schwächert und die Raffinerie Mannswerf. 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 Typus Hörger! Landing Gear! 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 Gibt's dann Frieden jetzt? Da unten steht wer zum Abheben. Hihi! Genau da unten wollen wir hin. Ja, das ist gut. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020